Sollte der Boden beim Bitcoin tatsächlich schon erreicht sein und wir testen den Boden nur wieder an. Das heißt, wir gehen hier bei Bitcoin noch einmal runter und testen nur diese Phase an. Ihr wisst, unsere Analysen deuten darauf hin, dass wir hier auf die 17.200 nochmal gehen könnten. Und das ist ziemlich nah an diesem Boden, den wir schon erreicht haben. So genau muss man das manchmal nicht nehmen. Darum gehe ich davon aus, dass es der Boden schon sein kann. Es kann sein, dass es schon der Boden war. So wie die Wirtschaft aber aussieht, so wie der ganze Verlauf zur Zeit ist, so wie Europa eigentlich komplett am Zerbrechen ist und den Amis es auch nicht viel besser geht, sehe ich es einfach noch nicht, dass wir uns so stark erholen können. Es kann natürlich sein, weil hier in Europa wieder Geld in den Umlauf gebracht wird, dass wir einen kurzfristigen Pump auf dem Markt sehen können, wo alle jetzt sagen, wir haben es euch gesagt, der Boden ist erreicht, jetzt geht es durch die Decke, wir eine kleine Rallye nach oben sehen können und dann die Inflation und die Rezession alles wieder zermalmen wird. Denn wir können die Wirtschaft pumpen, wie wir wollen, wir müssen uns entscheiden. Entweder retten wir jetzt die Konjunktur, pumpen Geld rein und inflationieren den Markt und radieren Vermögen weg oder wir sagen, hey, wir betreiben weiter Quantitative Tightening, was wir in Europa noch nicht begonnen haben, außer in einigen Ländern. Wir betreiben weiterhin Quantitative Tightening oder wir verstärken das. Wir erhöhen die Zinsraten, vernichten die Konjunktur. Viele Firmen werden pleite gehen, Zombie-Unternehmen werden komplett ausradiert werden. Nur die Stärksten werden überleben letztendlich, aber wir retten das Währungssystem. Wir stoppen die Inflation. Für was entscheiden wir uns? Meines Erachtens nach sollten wir uns jetzt dafür entscheiden, dass die Zombie-Unternehmen wegfallen, dass die Konjunktur kaputt geht. Denn wenn wir die Konjunktur jetzt pumpen, werden wir die Inflation nicht aufhalten. Die Inflation wird weitergehen und die Inflation wird uns zerfressen. Und das wird letztendlich wieder dazu führen, dass nach diesem kurzen Pump, den wir hier in der Wirtschaft gesetzt haben, das alles wieder zerfressen wird. Das wird alles wieder zerfressen. Das wird komplett weg. Und was machen wir dann? Nochmal pumpen? Wie lange machen wir das? Damit die Inflation komplett durch die Decke geht und wir eine Hyperinflation haben? Nein. Allein in einem bestimmten Punkt wird es trotzdem stoppen müssen. Das heißt, dieses Pumpen von Geldern in die Konjunktur wird uns nicht retten. Kurzfristig wird es für einen Pump sorgen. Langfristig wird das uns weiter inflationieren und das wird auch wieder auf die Konjunktur schlagen. Und dann, in welchem Todeskreislauf sind wir dann? Was passiert? Nein, irgendwann muss es stoppen. Warum stoppen wir es nicht direkt? Wir können das mit der Konjunktur hinauszögern, wir können es aber nicht vermeiden. Darum bin ich der Meinung, ja, lass uns das jetzt einfach knallhart durchziehen. Dann müssen wir halt jetzt leiden, aber wir retten das Ganze dann langfristig. Bis dann natürlich der nächste Bubble kommt. Dann haben die Zentralbanken wieder genug Zeit, genug Geld zu drucken und zu printen, wie sie wieder lustig sind. Aber das gibt uns dann wenigstens wieder 10 bis 15 Jahre, wo wir erstmal Ruhe haben, wo das Ganze sich dann erst wiederholen wird. Und aufgrund dieser Umstände und natürlich vieles, vieles mehr. Viele, viele wollen jetzt einen Krieg, denn das bringt die Rettung. Das radiert einfach mal alles wieder aus, bringt uns wieder auf Null. Vielleicht ist das der Great Reset, von dem viele auch sprechen. In Ukraine haben wir das schon. China, Taiwan kann beginnen und ich denke, die Amis würden sich da auch gerne mit einem mischen. Einen indirekten Krieg gegen China in Taiwan führen eventuell. Wer weiß, wer weiß, wohin das Ganze führen wird. Darum bin ich da so ein bisschen skeptisch, was mit Bodenbildung angeht halt. Also darum, wie ich schon immer sage, Bitcoin wird entscheiden. Geht Bitcoin runter, geht doch der Rest des Marktes runter. Dann geht doch Quant runter, dann geht doch XRP und alles andere, was wir so mögen, geht auch mit runter. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwabo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.